Rote Rosen, Günther kehrt Lüneburg den Rücken Sollten Fans der Roten Rosen bald um einen ihrer Favoriten trauern? Denn Gunther will Lüneburg verlassen. Seit 2007 ist Hermann Töcke, mit einer kurzen Pause, unter dem Namen Gunther Flickenschild fester Bestandteil der Roten Rosen. Fans waren noch bewegter, als ihre Figur und Dörte, Edelgard Hansen, kurz nach ihrer Hochzeit verstarben. Die Erinnerung an seine Frau wird für Gunther in naher Zukunft ein wichtiger Punkt sein, wie aus dem Zitat hervorgeht. Rote Rosen, Günther nach Andalusien in Sandra, Theresa Hüppchen, heiratet Matthias, Mocke Schneider. Sie bezweifelt, dass es eine gute Idee ist, die Liebe gleich nach Dörtes Tod zu feiern, entschließt sich aber am Ende dazu. Gunther erkennt, dass es zu viel für ihn ist, auch weil Sandra ihn bittet, sie zum Altar zu begleiten. Um der Zeremonie zu entgehen, fasste er einen Entschluss, er wollte Lüneburg verlassen und reisen. Aber es stellt sich die Frage, wohin sollen wir gehen? Sandra ermutigt ihn bei seinen Reiseplänen, besonders wenn er einen Abschluss wie diesen finden kann. Er hat immer noch tolle Ideen, wie er seine geplanten Flitterwochen in Andalusien verbringen könnte. Wie lange Gunther aus Lüneburg verschwinden wird, ist noch nicht bekannt. Aber der schien genau der richtige Weg zu sein, mit ihrer Trauer umzugehen. Hoffen wir also, dass es ihm wieder gut geht, wenn er zurückkommt. Rote Rosen läuft weiterhin montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Außerdem können Sie 30 Tage nach der Ausstrahlung auf Episoden aus der Mediathek zugreifen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020